Hallo und herzlich willkommen im Deutschen Museum. Ich bin in der Informatikabteilung und stehe gerade vor einem der berühmtesten Vorgänger des modernen Computers, die Z3 von Konrad Zuse. Das Vorgängermodell der Zuse Z3, die Z1, wurde im Wohnzimmer der Eltern aus ungefähr 12.500 einzelnen Blechteilen aufgebaut. Die Z1 hat nicht wirklich gut funktioniert, sie war unzuverlässig. Sein Freund Helmut Schreier, der Elektronik studierte, brachte ihn dann auf die Idee, das Ganze elektrisch zu versuchen. Was dabei herauskam, das steht jetzt hier vor uns, Zuse Z3. Er sieht einem Computer von heute schon reichlich ähnlich. Wir haben einen Speicher, wir haben eine CPU, den Prozessor. Oben ist der rechten Teil, unten ist der Steuerteil. Wir sehen einen Monitor und ein Keyboard. Man muss ein bisschen positiv denken, dann kann man hier sehr schön einen Flirtscreen erkennen, 21 Zoll, 16 zu 9 Format. Und dann ganz unauffällig auf der rechten Seite das Wichtigste, die Programmsteuerung. Was sehen wir hier eigentlich? Die Zuse Z3 ist hauptsächlich aus Relais aufgebaut. Eins davon habe ich hier in der Hand. Ein Relais ist vom Prinzip her nichts anderes als ein Schalter. Der Schalter kann angehen oder er kann ausbleiben. Wenn er angeht, ist es im Speicher die 1. Wenn er ausbleibt, ist es im Speicher die 0. Und jetzt schauen wir ganz genau hin, wie funktioniert die Zuse Z3. Sie funktioniert im Binärsystem. Sie geben die Zahlen natürlich dezimal ein. Die Maschine wandelt selbsttätig um. Und das sieht zum Beispiel so aus. Diese Reihe hier kennt man aus der Schule. Das ist ganz normal dezimal. 1, 10, 100. Im Binärsystem sieht es viel einfacher aus. Die Zahlen, die Sie hier sehen können, sind gar keine echten Zahlen, sondern es heißt nur an, aus, an, an, an. Die Wertigkeit der Stelle wird nach links verdoppelt. Hier ist die eine Reihe, hier sind die Zweier, hier sind die Vierer, hier sind die Achter, hier sind die Sechzehner, dann käme 32, 64, immer so weiter, immer so weiter. Und hier kann man wunderschön sehen, die 29 besteht aus einer 16, die 8, die 4 und die 1. Man kann die Maschinen natürlich auch wie einen Taschenrechner benutzen. Nehmen wir mal diese Rechnung. Ich gebe die Operanten nacheinander ein. Das nennt man polnischen Notationen. Erst die 12. Und die Zahl ist gespeichert. Man kann sie deutlich sehen. Jetzt kommt der nächste Operant, die 17. Die Eingabetaste. Die Zahl ist ebenfalls gespeichert. Und jetzt kommt der Rechenbefehl, die Addition. Die Rechnung ist schon passiert. Das Ergebnis ist oben deutlich zu lesen. Man kann es natürlich jetzt abrufen und hier sichtbar machen. Abruftaste, Rückrechnung auf Dezimal und das Ergebnis 29. Sie sehen, man kann mit dieser Maschine arbeiten wie mit einem Taschenrechner. Wenn man allerdings keine Lust hat, die gleiche Rechnung ewig händisch zu machen, dann kann man alle Grundrechenarten auf einen Filmstreifen übertragen. Man locht den Streifen, man locht seine Kommandos und das Programm läuft dann anschließend automatisch ab. Das erste, was man braucht, ist eine Rolle Kinofilm. Da schneidet man sich handliche Stücke ab, fädelt die in den Programmlocher ein und dann locht man sich in aller Ruhe seine Rechenbefehle, die die Maschine dann ablesen kann. Dann nimmt man den gelochten Film aus dem Loch heraus. Dann wird der Filmstreifen in den Laser geschoben. So, es kann losgehen. Das Programm ist eingelegt. Die Taste Lesen wird gedrückt. Der Rechner verarbeitet jetzt die Zahlen, die er vorher bekommen hat und das kann man hier wundervoll sehen. Mit der Maschine sind tatsächlich in echten Flugzeugtragslägen berechnet worden. Sie wurde allerdings kurze Zeit später zerstört. Suse hat sie dann vor rund 50 Jahren nochmal aufgebaut. Damit ist die Z3 buchstäblich der deutsche Beitrag zum modernen Computer von heute. Ja und jetzt danke für Ihre Aufmerksamkeit und noch viel Spaß im Deutschen Museum.